Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen Palmsonntag. Matthias hat uns einen Brunch gezaubert, das ist das Feinste gewesen, was es gab. Ich bin so voll und heute Abend haben wir nochmal eine Riesenportion. Ich hoffe, es geht euch gut, bei uns scheint ein bisschen die Sonne. Ich werde jetzt noch ein bisschen Gassi gehen mit der Joyce und wünsche euch einen schönen Palmsonntag. Liebe Grüße, der Hubert. So, mein Lieber, was gibt es denn heute Gutes? Moe, moe. Oh, gib Gas, ich habe schon Durst. Pass mal auf jetzt, guck mal. Hola, die Waldfee. Hallo ihr Lieben, schaut mal, was Matthias uns alles gut gezaubert hat. Oh, wie lecker, ich freue mich jetzt schon. Er steht natürlich auch wieder schon zwei Stunden wieder in der Küche und hat alles vorbereitet und das... Okay. �